Und Graal, Mr. Savage und Amar haben mir beim Solo Victory Cash Up Finale zugeschaut, denn ich war gerade dabei, meine allerersten Earnings in Fortnite jemals zu holen und das war ihre Reaktion. Was ist das? Und vier Farber, Chat. Und eine Banane. Und eine Banane, Chat. Das bringt nichts. Ein Refresh-Braucher, eh. Das ist das, was wir an der Saison nicht so gerne machen. Wenn die Leute produzieren, sprayen sie dich die ganze Zeit einfach. Ich bin jetzt amar, ich bin so gerne. Dadurch bin ich ja heute allein schon viermal gestorben. Oh, den hätte er jumpen können. Genau, den hätte er jumpen können. Ich bin jetzt ein. Du hast 18 Situationen. Sehr unstackt sein Game. Ja, ping, get someone. Wir können sogar Heid spielen. Get someone. Ich gucke halt nicht nach oben, Chat. Get someone good, though. Bro, this guy's running no fucking AR. Was ist his loadout? Bro, das ist der dummste loadout, like. Was? Hugo in the kitchen. Niklas. Niklas wird gold von Hugo in the kitchen, Chat. Okay, what? Du, du.